Bevor es mit dem Video losgeht, hier noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ich habe gesehen, dass gut 70% der Zuschauer keine Abonnenten sind. Also vergesst nicht, ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt viel Spaß. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Chris Guys. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Nach den Gehörstürzen und Verfolgungsjagden der letzten Folgen hoffe ich, dass es jetzt mal etwas entspannter weitergeht mit riesigen Fässern, die Hafer einfach easy peasy zur Seite schiebt. Und noch mehr riesigen Fässern, die Hafer einfach so zur Seite schiebt. Vor allem die Räder sind halt quer zu ihr. Die sind halt nicht gerade in Rollrichtung, aber naja. Hafer denkt sich, Pff, Widerstand? Wo ist da ein Widerstand? So, jetzt haben wir 66 und 19 Steine. Ich weiß zwar nicht, wozu ich 19 Steine brauche, aber haben ist besser als brauchen. So, jetzt sind die Rollen in richtiger Richtung. Warum sind hier eigentlich überall einzeln kleine Öfen? Für jeden Raum ein kleiner Holzopen oder was? Moment, da will ich noch nicht rein. Hier würde ich ganz gerne noch einmal kurz vorbei. Denn es sieht so aus, als ob hier noch etwas versteckt ist. Eventuell, also auf jeden Fall hier, das hier noch. Damit sind wir auf 67. Wir Gegner befinden sich hier erstmal nicht in unmittelbarer Nähe. Das ist ganz gut. Es kann aber ja, wie gesagt, jederzeit einmal knallen. Und schwupps, ah, jetzt weiß ich, ob vorher das Plätschern kam. Äh, schwupps, stehen hier so ein paar hundert Leute vor mir. Auch Chemikalien immer nützlich. So, hat sich dieser kleine Umweg, diese kleine Exkursion doch auch wieder gelohnt. Aha. Hier hat jemand einfach mal eine Tür abgestellt. Okay, und jetzt lassen wir das Wasser ab, oder was? Oh, Checkpoint. Danke. Danke, lieber Gott, dass du mir diesen Checkpoint gibst. Toll. Ich würde gerne wieder nach Hause. So, ich vermute mal, da komme ich nicht durch. Oh, da komme ich durch. Okay, ich biege trotzdem einmal vorher ab. Denn, äh, ich, 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 ich kann mich hier hinstellen. Cool. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es was mit diesen drei Dingern zu tun haben wird. Eventuell doch noch Wasser ablassen müssen, oder sowas. Oh, das sieht so aus wie ein krasser Bait. Hello. So ein richtig dummer Jumpscare Bait. Dieses Hoch und Runter ist auch so ziemlich unnötig. Da hätte man wahrscheinlich auch einfach eine gerade, einen geraden Weg ziehen können. Ich möchte jetzt ungern diese Sachen berühren. Aber wenn da schon dreimal von dem... Okay, das ist einfach nur Deko. Äh, drei von den Teilen rum... Nee, das würde nix bringen. Äh, rumstehen. Dann ist das ja sehr wahrscheinlich, dass da irgendwie was passiert. Kann ich das abwerfen? Nein. Klammwerfer wäre jetzt nice. Hm. Ich vermute, dass es erst mal einfach nur als Labyrinth gedacht. Hier kann ich noch mal ein paar Ressourcen mitnehmen. Wie viel kann ich mir eigentlich jetzt von jeder Sorte machen? Ist das... Ist das begrenzt? Komm, muss reichen. Sechs von jedem ist erst mal genug, glaube ich. Und ich weiß noch nicht, wie es mir gefällt, dass wir mit den roten Zeugs so verwöhnt werden. Da läuft ein Generator. Darf ich das berühren? Das ist die Frage. Anscheinend. Find the wheel, the valve. Okay. Ich glaube, für die Aufnahme macht es keinen Unterschied, ob ich die Lampe anhabe oder nicht, oder? Oh, High Voltage. Da wäre ich fast gegengelaufen. Und da ist das Rad. Und natürlich. Der Generator steht einen Raum weiter. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Guten Tag. Da würde ich sogar noch Glas und Wasser finden. Dann einmal ausgeschaltet. Tür ist auf. Wasser ist voll? Oder was? Ne. Ich bin nur nicht fähig, es aufzusammeln. So, und das Rad. Und das Rad. Dann laufen wir doch mal zurück. Machen das da drin. Drehen das mal so ein bisschen. Und gehen weiter. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Moin. Moin. Metall voll. Warum? Warum habe ich die ganze Zeit das Metall voll? Wo sieht das für ein... Ach, das einzige sind diese Schocker, die das Metall gerade verwenden. Na, okay. Okay. rote Kisten äh, da, das aber was ich mach nein, hallo, nein ach, Harper, mach mich jetzt nicht schwach ist eigentlich ah ok dann so ok aber der Generator ist doch noch an hm dann mach ich mir nochmal einen Schocker mach mir nochmal zweimal Wasser hm ok wenn man jetzt noch ein Tutorial bekommt dann frage ich mich ja wie lang geht das hier noch erst mal gestolpert chemikalien noch glas noch mehr Stein Metall natürlich und nun glaube auf der anderen Seite war ich, oder? kann das sein ja und ich hab da was liegen lassen ach goddammit na egal ich hab's nicht gesehen dafür nehm ich das hier mit ähm dafür nehm ich das hier mit da möchte ich gerne hin da komm ich nicht rüber also muss ich erstmal in diese Richtung es ist auf jeden Fall sehr verwirrend wie das hier alles zusammenhängt ohgoo was was hoppala fácil was das war unfair man hat das Britzeln gar nicht gehört Das ist die Spawn. Da ist mein Exit. Warum kriegen wir so viel roten Weed-Extrakt? Jetzt habe ich es gehört. Aber wo war der? Oh. Okay. Oh. Beruhig dich. Stimmt, die konnten ja nicht so gut sehen. Glaub ich. Oder? Also. Okay. 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 Kann ich mich nicht einfach einsmoken? Wo willst du denn hin? Ah, da ist noch eine. Nice. Oh, da ist sogar noch eine. Das wäre fast schief. Also ich habe vier. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe meine Tür aufgeschlossen. Kollege, die Tür... Ich hatte den Schlüssel für die Tür. Warum machst du meine Tür auf? Ich habe die Tür aufgeschlossen. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, 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 no Aber was fällt denn eigentlich ein, einfach so zu spawnen? Medic. Meduzin. Hier ist nichts. Da ist mein Exit. Jo... ...woah, woah, woah... Woa! 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 Wieso hat er mich auf einmal gesehen? Was? Oh, okay, sie sind weg. Weggepufft! Bitte, was? Wozu gibt es diesen Raum? Hm. Hilfe! 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 Alter, die machen mich fertig. Hä? Hä? Mütchen, werfen, Axt. Okay. Ich vermute, hier sollte ich noch nicht hin. Ich glaub, da bin ich noch zu früh. Aber gut, äh, wie es mit diesen Schreigänsen da draußen weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten... Wow. Nächsten Folge, wollte ich sagen. Aber, ähm... Okay. Hä? Wieso? Wieso? Was macht ihr hier? Ähm... Ich bin hier gerade in einer sehr misslichen Lage. Genau, lauf schön zurück. Da kommt die nächste... Oh, das ist so... Es ist ja... Äh... Olze, sind sie alle hier drin? Die sehen mich auch nicht Na, die letzte auch noch Na komm Pot, 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 pot Oh Oh, man Hello Hä Das ist schlecht Ich häng fest, ich häng fest Ich bin tot Och, nein Ist das ärgerlich Nur weil der Stein nicht richtig geflogen ist Ach, komm Natürlich bin ich jetzt hier Na gut, Leute Dann ruste ich erstmal ein bisschen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dennne